was ist passiert vor wochen wurde ich von diesen banditen entführt sie sperrten mich in einem turm nahe nebelwacht ein ich konnte das schloss knacken und verschwinden als die wache schlief aber nun habe ich mich verlaufen könnt ihr mir bitte helfen also die nächste stadt liegt in der richtung bin ich einen guten tipp oder in dieser richtung liegt eine stadt sie ist nicht weit benötigt die hilfe um dorthin zu gelangen danke aber ich komme allein klar nachdem ihr mir den weg gezeigt habt allerdings muss jemand diese banditen aufhalten sie sind in nebelwacht hier ich zeige es euch auf der karte wenn ihr sie aufhalten könnt seid ihr ein wahrer held nebelwacht die folge ich steige es auf der karte ja wo denn also möchte anmerken wir sind hier rackstadt oh ja statue für mir idea ich erinnere mich wussten wir noch mal rein da musste ich laden um jüdiger zu retten also ich habe ja keine nebelwacht festung nebelwacht leuchtturm wo ist denn der gibt doch irgendeine stadt mit nebel hier oder der liebenden stein ok markas also ich habe ja keine ahnung wie weit die gelaufen ist aber raum moor westlicher wachtturm drachen feste ich habe keine ahnung ich bin da eine quest für verhalte dich mit verulus über die halle der toten sagst du die quest war fertig wo ist denn die ach in markas öhne wir haben wir bötias äh ruf die quest haben wir dafür keine gekriegt wir machen weiter unseren plan also halt einmal aber looten können wir so mal gucken eventuell gehe ich mal die minen abklappern auf stream und einfach mal ein bisserl erd fahren so hallöchen du sag mal das ist kein drache das ist ein kleiner knuddelbär wo ist denn der wer wer wo bist denn du wer wer hallo hallo oh lass mich da hoch Oh, halt doch mal still, du blöder Bär. Kritischer Schlager, ich brauche da mal, glaube ich, ganz kurz, äh, 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 ähm, den. Komm, du gibst sicher eine schöne, fette Seele. Komm, du gibst sicher eine schöne, fette Seele. Wahrscheinlich ist die total winzig, aber... Das war doch gerade überhaupt nicht verschwenderisch. Klaue, Pelz, Pfeil, Pfeile. So, Lydia, kommst du, ich lauf voll in die falsche, doch, da müssen wir rum. Aber ich glaube, Enderal kostet ja auch Geld, oder? So, nimm mal den da. Ha! Ha! Easy, das war ein Glückstreffer. So, aus dir kriege ich doch so komische, äh, genau, Feuersalze brauche ich ja irgendwie ein. Chat, erinnert mich mal, wenn wir Feierabend machen danach, äh, daran, dass er mal, äh, ich wollte ja sowieso zum Kind gehen. Das war dann mal gucken, äh, wie viele Feuersalze wir schon haben. Äh, da geht's aber weit runter. Okay, lass mich raten, die sind wieder nachgespawnt, oder? So, wir müssen da hin, mal gucken, ob Lydia irgendwann kommt. Ab und an braucht man auch einfach einen Kleinen. Ein paar kleine Steinchen. Lieber, schicken Prozent, na nix oder was? Nix, 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 nix. Deine Drachen kannst du schön behalten. So, nehm mal mit. Schöne Beinchen und Chitin. Und Chitin und Beinchen. Viiii, ja da ist sie doch. So, da hoch. Ich seh schon, komm, bei meinem Glück ist es jetzt dann gleich wieder ein fetter Dungeon, das zweite da, da ganz unten links im Eck. Und ich schock dann wieder bis in der Früh um 3, 4 hier. Lidia, wo bist du? Hey, wo ist der Tiger jetzt? Hey, Säbelzahn. Hey, Säbelzähnchen. Wer macht den kaputt? Nein. Okay. Fels, Reißzahn und ein Pfeil Ach du Scheiße Könntest du mal die Ballern? Ja, super nice Die dumme NPC zu verlieren ist echt kein Verlos Nein, Lydia wird nicht verloren Warte, schnuffelhassimausi Ach war das da unten die eine komische Hütte da oder was? Ach die da, ne das ist wieder eine andere Ich glaube ich muss runter Na da ist sie doch Ja, aber Lydia und ich, wir sind doch ein Team Ja, ich markiere die Viecher Und sie haut sie runter, damit ich die Seelen bekomme So, jetzt kommt sie ja gleich wieder ewig nicht nach Woher rüben? Liegt es nur ablassen? Habe ich eine Quest, die so heißt? Nö Hallo Lydia Oh, lass mich da hoch Lass mich doch da hoch Blödes Mist Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend Meine Bilderei tut doch niemandem weh Der Jahl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Darum geht es ja nicht, aber ihm gehören sie Übrigens, wenn es gewittert und donnert und pisst ohne Ende, sieht es ja auch immer draußen Ich kann mal gut gehen, aber das ist doch das Ding hier, die blöde Hütte Genau, das ist genau die blöde Hütte hier Komm mal Hier irgendwie ein besonderes Item, oder so? Gucken darf man Bei den Witcher sind sie da grausamer, ne? Den Kohl darf ich mitnehmen, guck doch mal Der Witcher darf sie nicht mal gucken Ja, 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 der findet, komm, wir gehen weiter Der Jahl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Hä? Der Kunde Lurin Echt in die Richtung? Okay Ach, der ist schon leer Jetzt muss ich wieder da hoch, ne? Toll Alter, das pisst hier ja grad mal richtig heavy, oder? Hallo Wolf, danke für deinen Pilz So, mal gucken, wie lange Lydia wieder braucht Die Quest ist ne große Zwergenruine Okay, wir machen was anderes Weil Wir haben schon wieder nachts um 12 Und so lange wollte ich heute nicht mehr machen Alter Ey, du Mist, wie ich Wisst ihr was? Wir laufen los und ich stelle mich in den drin Wir sind verloren Rückzug Alter Alter Äh, Moment mal Äh, lalalalalalalalalalalala Ich brauche Tränke Tränke, wo sind meine Tränke? Der tut schon mal Hä? Ja, wow Hey, das war mal ein Tiefschlag Bergenpfeil, Gold So Enda, bin gleich wieder dafür chatten Moment, Altobains, Gold Desinfizieren ist wichtig, Leute So Äh, genau Ich wollte Google Aber auch mega cool Die Gegner sind geil Und die gigantischen Höhlen auch Das merken wir uns dann fürs nächste Mal Äh, da mache ich die nämlich diesmal tatsächlich gleich am Anfang Äh, warum ist meine Steam weg? Hm So Durchsuche das verlassene Haus Das war auch da drüben So Dann Eben wir uns die für das nächste Mal auf Was haben wir denn noch? Den Schrein von Asur Ah, ich erinnere mich Den haben wir heute schon mal geguckt Ventus Aretine Erkunde die Ruin Rede mit Ranir Und starb der Akanen Macht Besuche das Museum von Dämmerstern Drachen töten Finde 5 Eisgeistzähne für Marisa So So, wir machen jetzt mal die zwei Feuer Salze Das war falsch Äh Hier Weißlauf Dann gucken wir doch mal zu unserer Töchterchen Anstatt Tränke kann man auch einfach immer tausende Äpfel oder Käse essen Ne, ne, ne Fette Geschenke geben, was? Ne, Geschenke gibt's keine Also keine Fetten, nur kleine Servus Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zur Ruin Ja, die Dämmerwacht haben wir verkauft Die haben mich ihre Dämmerwacht Sechs Stunden, 20 Minuten Lass mich raten Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Wie wäre er es mit 100? Kein Problem, hier sind 500 Sicher, soviel ihr wollt, 1000 Goldstücke What? Sicher, hier 100 Ihr seid super, danke Äh, Lydia, du hast die Gürde verzogen Könnte ich nur mal anmerken, so, warte mal Äh, wir brauchen, äh, falsch Eisgeist und Feuersalze Eisgeist, Eis, 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 Eis Hammer Feuer, 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 Feuer Echt jetzt nicht aber erst drei? Das glaube ich nicht Äh Eis Kragen, ja genau Äh, Feuer, Feuer Warum nen Beistelltisch? Da bin ich schön Sag mal genau, warum ist die Liste so kurz? G, B, C, D, D, E, E, immer noch E. F. Wir haben aber gar keine. Das ist nicht viel. Wir brauchen mehr Feuerseite. ich glaube das ist ja alphabetisch sortiert alter was ich hier kürze drin hab wir haben eine perle das hat sich angehört mit alter motor was ja du hast da 19k gold und keine ahnung wie viel noch in der kiste hast du das letzte mal großartig gold ausgegeben aus zuletzt samstag nicht aus kelly im letzten stream da musste ich ressourcen kaufen zum ausbau hier haben wir nichts drin hier dürfte nichts drin sein feuerfeuer fuchs pelz haben wir hier drin so feuer satz haben wir keine so hudafu aber nochmal war feuersalze können wir da wieder reinhauen nirnwurz haben wir da rein die brauchen wir und den auch mal da rein die sollte ich vielleicht endlich mal favoriten machen werde vielleicht nicht blöd und süßkuchen behalten eigentlich wollte ich einen süßkuchen geben oder ein kleidchen kommt die gleiche ja da hast du mal 5000 takten oder so so wie ich dich kenne doch ich habe ein oder zwei mal habe ich auf screen schon was verkauft dann habe ich kawaii irgendwas und dann muss ich schnell weg dann sprecht mit adrian in der schmiede so warte mal so die können wir weg machen und wo müssen wir da hin riften ok wollen wir da einmal quer feld rüber gehen vielleicht entdecken wir ja was ich bin ja mal gespannt wie das ein cyberpunk bei mir wird bei mir freu dich auf den charakter den ich das spielen werde da gehen wir jetzt so rüber cyberpunk wird richtig dreckig also hier sage ich ich bin die der geldgeile gierige sack ja cyberpunk wird noch ein paar eckigen dreck dreckiger dreckiger da spiele ich einen richtigen assi typen und die wieder nicht oder ich dachte ich bleib dahin und sie ich glaube hat das jetzt eingeschlafen oder der ist so still also wir gehen außenrum weil von hier geht das aber hier bleibt meine hier war das nicht da oben bin ich sonst immer hängen geblieben da hier geht das wir warten dann hier irgendwann auf lydia spricht schnell nur so und alle und alle und alle ab und du bist bei dabei schuld kelly du bist immer den lieben netten braven ich möchte dann bei dabei auch in cyberpunk dass keinerlei rückschlüsse auf mein privatleben gezogen werden da gebe ich es euch dann mal richtig da gibt es dann mal roleplay deluxe so dann war doch rüften jetzt geradeaus und dann links ne rechts ging es nach weiß lauf auch meine hat zu sterben ey das war ein versuch das war eine feldforschung liebos und die feldforschung hat versagt so mal bitte sprinten zwischendrin aber ich finde immer noch auf der switch macht das hier gespielt einen ganz guten eindruck so 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 so